Liebe Karolinerinnen und Karoliner, da sind wir wieder endlich Freitag. Es war zwar nur eine Kurzwoche, aber ihr alle habt gemerkt, das hat es trotzdem in sich gehabt und insofern haben wir uns gefreut, euch alle wieder im Haus zu haben und natürlich der Hinweis von uns, unsere Hausordnung, unsere Hausregeln wollen wir alle gemeinsam einhalten. Ist ein kleiner Baustein, aber kein unwichtiger, ihr wisst es, um hier lange auch im Präsenzunterricht dann durchzuhalten. Ja, und durchhalten ist natürlich auch so ein Motto. Das heißt, wir haben die Caro Carrier, die mehr oder weniger sich auf die Fahnen geschrieben haben, euch zu helfen, indem sie eine Nachhilfefirma auf den Weg gebracht haben. Das ist eine gute alte Tradition hier am Karolinium. Und Tom, Jeremy, Tim und Elias, die ihr seht, sind sozusagen auch das Organisationsteam. Und ab nächste Woche könnt ihr euch entweder als Nachhilfelehrerin oder Nachhilfelehrer oder auch als jemand, der Unterstützung haben möchte, dort bewerben. Und hier vielleicht noch mal zum Mitmeißeln auch die Adresse caro-carrier.de. Meldet euch dort, entweder weil ihr Unterstützung braucht oder weil ihr letztendlich gerne Stoff vermitteln wollt. Das wäre eine gute Geschichte. Ja, und dann ist es natürlich auch gut, auch das haben wir gemerkt, die Klausurtermine haben sich geändert. Da noch mal bitte genau reinschauen und auch der Hinweis sei gegeben, ihr wisst es zwar überflüssig, aber weil die eine oder andere Frage kam, will ich das einfach mal so zusammenfassen. Natürlich gilt für jede Arbeit, für jede Überprüfung am Ende auch für jede Klausur. Es kann nur Inhalt einer Klausur sein, Stoff, der auch vermittelt wurde. Also da auch noch mal ruhig in Dialog mit euren Lehrerinnen und Lehrern treten, damit wir da sozusagen auch gemeinsam dann Erfolge feiern können. Ja, was ein bisschen gestockt hat, war letztendlich die Einrichtung jetzt unser Karolinium App. Ihr wisst, Tim wird jetzt nächste Woche wieder unterwegs sein, die nächsten beiden achten Klassen und so weiter. Und wenn ihr da sozusagen auch demnächst schnell dran sein wollt, einfach bei uns melden. Das bekommen wir dann letztendlich auch hin. Was wir auch hinbekommen haben und hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt davon, war unser Aufruf, dass wir also Kabel haben wollen, wo sozusagen ein USB-Stecker dran ist. Was auf der anderen Seite ist, ist völlig egal. Wir können das alles recyceln. Das hat funktioniert, also nicht nachlassen. Vielen Dank schon mal an alle, die sich dort beteiligt haben. Beteiligt hat sich auch Hanna Knüppel aus der 9. Klasse, ganz genau gesagt aus der 9.2. Und Hanna hat uns zwei Bilder geschickt. Vielleicht erkennt der eine oder andere schon, worum es sich hier handelt. Das ist sozusagen Sonnenaufgang in Feldberg, aufgenommen vom Steg am Kurpark. Also vielen Dank Hanna. Und wir sind weiterhin neugierig auf wirklich eure tollen Fotos. Da kann man nur staunen. Das ist wirklich große Klasse. Ja und das Gymnasium Karolinium hat seit dem 16. März versucht, mit bestimmten Botschaften euch immer wieder auf dem Laufenden zu halten. Und wer mitgezählt hat, oder einfach reinguckt. Das ist heutzutage unsere 75. Botschaft seit dem 16. März. Also insofern werden wir uns heute sozusagen kleinen Krümelkuchen gönnen und natürlich weitermachen. In diesem Sinne, seid gegrüßt und bleibt gesund.